Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Division und wieder mit dabei ist der Onkel Hallo Ich habe jetzt schön mit meinem Fuß Autokabel rausgezogen Ja hallo Wir wurden gerade angegriffen deswegen ist die Energie hier ziemlich runter Verdammte Scheiße Ja wir wurden mitten im Übergang zum nächsten Part wurden wir angegriffen Und deswegen ja gab es da die Zent ein Problem Warte mal hier ist noch irgendwas Ah hier ist noch eine Kiste Elektrokiste Naja die habe ich mir schon geholfen Da sind zwei Eine war auch daneben direkt Also ich muss sagen Boah da ist irgendwas für jemand in die Bombe reingelaufen Ähm Ja Ich merke an meiner Guck da ist reingelaufen Ne die Ich merke an meiner Spielweise Dass ich voll raus bin Ich tu kaum noch Ich tu kaum noch Dingsen Äh ich tu kaum noch Alter Die laufen alle in die Bomben rein Ja die doof sind Ja die doof sind Ja die doof sind Ja die doof sind Das ist ja weinsinnig Ich muss mal wieder vorsichtiger spielen Ich habe Gegner gehört Ja das war Zeit der Schilder Peace Ich schieße mal da so eine Tack Boah die habe ich voll Bitter Oh man wie zu scheiß Granaten So mein Freund Sehr gut Genau daneben Ich stehe genau vor mir Und ich schieße ein ganzes Magazin daneben Pssst Ey So Oh Aufwühlkiste 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 Alles rot Alles rot Alles rot Aufwühlkiste Aufwühlkiste Komme Ich komme Ich komme Ich komme Dann geht auch Dann geht auch Dann geht auch Dann geht auch Ah MidiPack Yeah Es geht nicht Es geht Es geht So 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 Sehr gut Sehr gut Sehr gut Munition voll, Munition voll, Munition voll, Munition voll, Munition voll, Munition voll. Alter. Alter, Alter, Alter. Ja, jetzt ist es auch gut. Die müssen es auch wie ein Bekloppt halten, halt. Hör mal auf, was. Yay. Du, 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 du. Du, 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 du. Warnung! Feindpräsenz entdeckt! Hieß da ja. Ich bin wieder klüter. Mist, Munition voll, Munition voll. Alter. Alter. Die halten ganz schön aus, Junge. Eigentlich nicht. Tschüss. Da ist der Tank mitgeflogen. Bada-Boom. 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 Das ist doch wieder Kampf, oder? Bada-Boom. Ja, das war schon. War schon. Nee. Oder? Geht gleich los, oder? Ach so, du musst noch das Ding da aktivieren. Zack. JTF-Verstärkung anfordert. Warnung! Feindkräfte nähern sich. Ah, die kommt von... Wo kommen sie? Rechts. Hier unten, aus den Pisten. Und sie. Bäh. Vorsicht. Warnung! Reine Kraft näher an sich. Lass sie kommen. Lass sie kommen. Lass sie kommen. Lass sie kommen. Bäm. Ich will dem alle dezent kacken gehen. Wie war das? Machst mich alle? Du bist gerade gestorben. Tja. Warnung! Feindkräfte näher an sich. Komm doch. Kommen sie bestimmt von der anderen Seite. Nee, doch nicht. Uiuiuiuiui, ich muss pecheln. Hier ist eine mit dem großen Feuerzeug. Ja, nackst du nackst. Boah, she's die Kaffee. Boah. Easy doote. Ist der tot? Nein. Aber jetzt. Ich hab total... Ich hab irgendein Zielproblem. Ich hab total... Alter, du hast ja jetzt bestimmt drei Magazine oder so weg. Ja, ich hab total... Ich hab vorhin so die geilen Waffen gehabt. Die hab ich ausgeteilt, dass dieses blöde Schorschützengewehr, jetzt komm ich überhaupt gar nicht mehr zu Fach. Wahnsinn. Ich find keine gute Waffe mehr. Nur noch Scheiße. Selbst die ist, die ist zwar cool, aber... Boah. Ich komm eigentlich mit allen gut, klar. Ja gut, außer jetzt ein Schrot oder so. Aber ich muss sagen, die M4, die ich hier habe, die ist immer noch am besten besitzt. Ich hab auch noch ein paar andere Waffen, also falls du welche brauchst, also... Nee, nee. Ich hab einen Haufen, also... Ich weiß gar nicht, wohin damit. Du hast einen Haufen. Mhm. Ohne Mist, ich habe... ...16 Waffen. Also... ...was freie Auswahl. Nein, naja, hab ich noch eine M4? Vielleicht? Nee. Ich hab einen Haufen M44 sehe ich gerade. Alter. Eine M60 hätte ich noch. Aber die sind halt alle nicht so gut, ne? Die sind alle schlechter wie die, die ich habe. Maximal habe ich hier, was habe ich? 3300 an SPS. Wir haben die nicht. So. Achso. Wo ist er wieder die nächste geschehen? Halt die Fresse. So, hier. Nebeneinsatz. Ich lade die Daten hoch. Nebeneinsatz. Alter, wie der ins Mikrofon reinrotzt. Wahnsinn. Habe ich gar nicht. Alter. So. Boah. Bitte. So. Ja. Tod ist Tod. Hä? Tod ist Tod. Ja, aber hä? Ich frage mich, glaube ich, wer da nebenbei ein Satz ist. Das sieht aus wie unter der Erde, ne? Uh, hier ist ein Echo. Ein Echo, ein Echo, ein Echo. Das ist ein Evakuierungsbefehl, Sir. Sie bleiben auf eigenes Richtung. Wir reißen uns den Arsch auf und ihr haut einfach ab. Sir, Sie müssen geben Sie die Hände weg. Okay. Ach, das ist über uns, die Mission. Was? Und oben, auf dem Dach. Richtig. Erstmal irgendwie hochkommen, ne? Erstmal irgendwie Leiter finden oder Beute oder sonst irgendwas. Richtig. Ah, hier. Oh. Hier geht es auf jeden Fall hoch. So, von hier oben kann man schön die Weinde wegholen. Tschüss. Na? Jetzt aber hier mal. Und kommen wir da hoch? Andere Seite. Ladschstum da außen rum? Hä, das ist nicht viel. Das ist die Straßensperre. Das ist nicht die Nebenmission. Hä? Das ist das andere. Warnung. Feindkraft in Ehren sich. Das ist keine Nebenmission. Das ist so eine Linksmission. So eine... Aber die wurden es nicht geschafft, oder was? Du kannst die doch immer wieder heim machen. Und er steht da und wartet auf den Nikolaus. Feindkraft in Ehren sich. Jetzt haben wir die Mission hier zuweber gemacht, geil. ja da haben wir uns nämlich vor uns die mission bloß nicht bestanden so sieht es aus weil wir aus dem zielbereich raus waren wir sind einfach weiter gelaufen ja doch wir haben doch die punkte gekriegt siehst du musst man nicht da oben steht sie nicht darfst bis maximal hier hin wo ich bin aber wo du bist du bist schon wieder aus dem bereich raus keine munition mehr keine munition mehr keine munition mehr nachladen da 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 wieder aus dem bereich das bin ich gar nicht ah oh shit was ist jetzt das hilfe ja ich muss warten bis die jtf eintrifft ich kann nicht da vorne hin weil dann mission im arsch drück doch mal da hinten stehen mensch da hier sind dicke gegner los jetzt drück doch schon wie sie bescheuert auch da kommen sie ja schon so weg mit denen einer ausmacht bereich gesichert jetzt haben wir uns so also hier liegt mal wirklich viel loot rum ich hab sogar hier blaues blau hab ich nicht ich hab alles nur grau 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 ne weste ne blaue ne blaue weste oh 101 rüstung jetzt können wir theoretisch da hier hoch ja das hier ist glaube ich nicht nein was oben geht es nämlich nicht weiter irgendwo ist es ja hoch gehen da ne leiter oder ja meistens ne oder durch irgendein gebäude durch mal gucken ob irgendwo tier offen ist oder sowas ach hier hab was 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 was das ist erfasse ein echo in der nähe ins maul ja doch das sieht gut aus das sieht gut aus ja wieder viel gemacht ist dafür gemacht jubi und zack mir sei de wand hüber mir sei de wand hüber mir sei de wand hüber ach guck mal synchron grün und jetzt hier ne oh ach cool hier ist ein erste hilfe bumm mhm da ist Mineralwasser drin weil du immer rummäckerst dass du kein Mineralwasser hast ne ich hab kein Mineralwasser bekommen mhm haha ich hab ja Mineralwasser ist mir doch scheissig Stoff Stoff? Stoff? Stoff was für Stoff Stoff ach so Rundstoff ach so ich dachte anderer Stoff nein du wieder ja wie ähm Zeit läuft ab mein Freund bisschen hoch ja ich weiß aber sag mir doch einfach wie ach so vielleicht von der anderen Seite hüpf 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 Hähähäh Wo bist du hin? Hähähäh Hast du gerade weggeglitscht Ganz vormirat, da warst du weg Einscheidung. Geschafft Gute gemacht Agent. Nur waschen sie sich bitte die Hände. Ich würde mir gar nicht vorstellen, was an den Dingern für Bakterien haften F.A.L und ich bin aufgestiegen Ach, ne Waffe. Äh ne Maske Ist doch schön, wenn du ne Waffe hast. Ne, ne Maske. Ich hab mich verquatscht. Was? Was? Anlegen die ich möge. Scheißenrein, Stufe 14. Aua, die ist gut. So! Äh, was? Ne, da will ich nicht runter. Da will ich hin. Das sind doch dann nämlich Dissel. Hab nen neuen Rucksack. Alter, wie kommt man denn hier wieder runter? Alter, hab nen neuen Rucksack. Okay, hier wird sich crazy wieder verlaufen. So. Was? Da würde ich mich verlaufen. Braucht einfach nur den Weg zurückzulatschen. So. 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 So und so. Ja, liebe Freunde. Und wir sind aus dem Gebäude raus. Du brauchst dann über den Weg zurücklaufen. Und da würde ich jetzt sagen, wir beenden jetzt schon wieder den Part. Und im nächsten Part werden wir einfach nur, äh, ja, uns in Richtung Basis getragen. Haben wir denn irgendwas auszubauen? Eigentlich nicht. Ach nee, wir müssen nochmal in das, in das, in das wir müssen nochmal, ähm. Reicht nicht. Weit? Ach so. Äh, wir müssen noch mal. Weit? Äh, wir müssen noch mal. Wir müssen noch mal zur Kneipe. Zur Kneipe, was erzähl ich denn? Zum, äh, Safehouse. Dort haben wir einen Nebeneinsatz. Und dann werden wir uns wieder nach Hause verdrücken. Und dann, äh, ja. Ja. Ja, genau. Hier das eine... Nee, brauchen wir gar nicht mehr. Wo müssen wir hin? Zu welchem? Zu dem Safehouse. Welches? Bei Ihnen alles klar? Zu dem, wo wir vor uns waren. Da hab ich doch ein Ding hier gesetzt gerade. Schönen Punkt. Da. Agent, Sie haben großartige Arbeit geleistet. Ich hoffe, Ihr metaphorisches Aufräumen führt zu einer Linderung für alle Allergiker hat mich eingesetzt. Äh, ja. Ich hab hier etwas zu sehen. Und zumindest im Moment ist es noch sauber. Äh, jetzt. Also mach's jetzt Feierabend. Oder wie? Nee, wir laufen noch, äh, ins Safehouse. Das Mission abgeben. Und dann noch in Dings. Und, äh, ja. Jetzt müssen wir erstmal die Port beenden. Machen wir am nächsten Port. Ja, deshalb frag ich doch. Habe ich doch nicht ganz viel gesagt. Wir müssen jetzt noch... Ja, gut. Dann machen wir jetzt den Part zu Ende. Und deshalb sag ich jetzt Tschüss und bis morgen. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.